Da sind wir wieder, nach meinem grandiosen 24-Stunden-Disconnect um 17.30 Uhr. Wir machen nur eine Tür auf, dann sparen wir uns das mega Schlüsselkram. Ich lauf gegen eine unsichtbare Wand. Oh, wir müssen den hier aufmachen. Zombie! Oh, irgendwas war da. Wahrscheinlich Teller, oder? Nein, Schuhe. Oh. Oh Gott, verdammt. Du bist echt so untalentiert. Ich geb sie gleich untalentiert. Oh, zicke. Jetzt wieder eine... Oh, lol! Ich hab voll verplant, dass ich low on HP war und hab mein Ding jetzt gar nicht eingesetzt. Egal. Ah, laute Musik, Alter. Oh, ja. Aber unsere Zuschauer wollen ja auch was hören von dem Spiel. Was? Weil unsere goldenen Stimmen noch nicht genug sind. Ah, Fledermaus. Äh, wir haben zu wenig Schlüssel. Sicher? Hier ist noch einer. Ich hab zwei oder drei Schlüssel. Okay. Ich hab einen. So viel dazu. Oh, du bist so ein Held! Hast du nicht einen? Ich weiß aber nicht, wie viel ich noch hab. Ja, probier einfach aus und öffne das Tor von der Chick. Oh, Gott. Okay. Okay. Wir wissen ja, wo der Schlüssel ist, hoffentlich, wenn er da ist, wo er letztes Mal war. Oh, mach das Tor auf! Oh, klar. Das ist ja so gemein. Oh, Dracula! Ich bin immer hinter dir. Oh, jetzt bin ich vor dir. Au! Ah, nein. Und er springt mir hin. Son of a Beach, was soll das? Das hab ich nämlich jetzt... Oh. Au. Hast du nicht noch... Genau. Benutzt das mal. So, jetzt hier aber zurück. Ah, lauf! Oh, mein Gott! Ah! Dracula ist ein Penner! Fürch, der Finsternis. Lass mich die mal alle so einphasen, so QQ, dann kommen wir vielleicht einfacher durch. Naja, aber vielleicht brauchen wir das Ding noch, falls irgendwo wieder ein Baby-Level ist. Okay, dann hebe ich mir das auf. Wir wollen ja ans nächste Passwort ankommen. Wirklich so ein Passwort geil. Yo! Ah, Frankenstein! Nein! 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 Hättest du mir fast die Tür vor der Nase zugemacht hier, ey. Ja. Das wär voll böse. Ja. Das wär in der Tat voll böse. Bisschen. Bisschen. Ich bitte dich, ja? Bisschen, Bisschen. Entschuldigung. Achso, da war ich ja eben und bin gestorben. Ähm, Map an links unten. Oh Gott, jetzt waren es so zwei, jetzt sind es drei, ganz eine mehr. Follow me. Jaja. Du hast es ja schon gespielt, wie du bist. Nein, X-Feuer ist in meinem Fenster, ich glaube es nicht. Aha. Äh, beschützt mich, ach scheiß drauf. Müssen die User halt mal. Wohl, warte. Au, 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 au. Achtung. Tut mir leid, aber das X-Feuer fällt, das kommt. Weil nach meinem 24 Stunden Disconnect, weil ich bei X-Feuer mit AOL verbunden bin, sagt mir AOL immer, äh, ihr Nickname ist mit zwei Orten verbunden und deswegen muss ich da immer eine Eins reinschreiben und dann... Da! Okay, ich schätze, wir gehen nach oben, oder? Au, 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 au. Gottverdammt, Alter. Was ist das? Nein, Ameisen. Oh. Gut, dass man nicht bei einem Meter rüberspringen kann. Nee, das geht nicht. Ah, wir sollten da runtergehen. Du hast recht. Äh, äh... Tütet sie. Oh ja, Tüten. Jetzt. Bist du irgendwie gehbehindert, oder so? Oh, lol. Was für eine fiese Falle. Hauptsache, das Schweinfee tötet den Scheißmenschen nicht, ey. Meine Fresse. Oh. Oh, mein Gott. Nimm dir das Medi-Pack. Sei zu, sei zu, Lame-Chick. Blah, 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 Mr. Freeman. Tch, ich bin nicht Mr. Freeman. Oh. Ich kipp dir, oh. Oh, lol. Nice. Oh, halt mit. Verriss. Hä, ich hätt's sie gar nicht bemerkt. Ah, nein, 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 das Glibber-Globber-Globber-Viech. Autsch. Und noch ein Glibber-Globber-Globber-Viech. Warehouse of the Evil Dolls. Oh nein, Gott, bitte nicht. Keine Babys. Trash. Äh, nimm du dir die Kohle, ich nehm mir das. Und deswegen solltest du dir dein Laser aufsparen. Ja, ich hab auch noch 35. Oh. Wir werden sie trotzdem töten. LOL. Wen hast du denn da eingedingsst? Äh, Schlüssel nehmen, Schlüssel. Ähm. Ähm, willst du da längst? Ja, okay. Okay, zum Glück müssen wir nur zwei Leute einsammeln. Ich nehm noch einen Schlüssel. Nein, oder? Hast du nicht irgendwie Bazooka? Oh, okay. Erledigt. Ja, aber ne Bazooka hab ich auch noch. Ähm. Oh, ne, lass es lieber. Ja, nice. Sehr, sehr nice. Oh, lebe. Kannst du nicht aufschießen, Lena? Scheiß. Nein. Okay. Au, Gottverdammt. Oh, ich hab gecached. Ah, nice. Oh, lauf doch, du. Na, komm her, komm her. Oh mein Gott. Der Axt-Nörder. Au, er tut mir weh. Äh, wir müssen, ja genau. Schneller. Oh mein Gott, ich hab Angst. Touristen. Ja, Rainer. Ah, Baby. Oh mein Gott. Er erschreckt sich vor Babys. Wenn du so ein Baby sehen würdest, würdest du auch. Oha, XYLZ. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott. War der X. Ich muss das aufschreiben. Oha, sowas musst du dir aufschreiben. So ein unglaublich schwieriges. Du wirst mir noch einmal danken, ja? Okay. Ähm. Und das war's auch schon für diesen Part. Kommt rein, Leute. Bis später.